ja hallöchen wieder einmal hier sind wieder die mauni und ja willkommen zu einer weiteren runde rock and leech und wieder mit am start sind danny und marios immer so unspektakulär ja also dann start mal eine runde ich hab die musik laut muss ich mal eben auch scheiße ich bin falsch auf abbrechen 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 was willst du denn ich hab da schon abbrechen 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 ach mach jetzt einfach warte mal ich höre im hintergrund stimmen ja ich höre auch stimmen ja hier läuft der fernseher abbrechen 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 ja warte such mal nicht ich kann nichts ausmachen das ist weil er da so laut basstöne hört im fernseher er ist taub alter er hörte mal übertrieben laut fernseher enni hat porra schon gesagt wir haben rocket labs was nein dass wir das jetzt machen dass wir rocket labs machen machen wir rocket labs ja machen wir rocket labs ja ich will mich mal entschuldigen für den lärm da im hintergrund den kann ich nicht leiser machen der schwerhörige vater der doch du kannst ihn schon leiser machen aber dann kommst du im knast der schwerhörige vater der hört immer so laut fernseher hört immer so laut fernseher alles klar ja jetzt ohne scheiß er sitzt er sitzt vorm fernseher wenn du da wenn du jetzt aus dem zimmer raus gehst du könntest es meilenweit hören ok 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 oh hä was das denn ist glaube ich die neue oder hä die habe ich auch noch nie gesehen ja die ist die neue die ist ja geil wir müssen schon in die Tore schießen hä was ja die ist ja richtig geil die Map das müssen wir öfters machen da gibt es ja so viele verschiedene Maps hä wie viele neue Maps gibt es denn bei rocket labs weiß ich nicht eine oder eine scheiße Leute oh ne oh ne mann ey die blöde Fliege hier will nicht vom ey du du bist Vieh ich dachte oh das war aber aufgespielt noch das müsst ihr mir jetzt lassen ne bin ich komplett schuld Mann das ist richtig blöd ich weiß warum die Wände da sind ey was ist denn das ich glaube die beherrschen das ziemlich gut ja man denkt ja die müsste lauter reden ich bin einfach nur scheiße ja wir reden nur laut Mann ey ja schön alles klar danny lobt wieder zu früh ich bin gegen Pfeiler gefahren oh ich sogar gar nicht glaub die Map bitte irgendwie vom Designer und so auf den ersten Blick sah es geil aus sowieso zum Spielen ist sie richtig Mann wo seid ihr denn Mann ich weiß ja selber nicht Alter ich bin hier vorne ja ich weiß selber nicht wo ich bin ihr dreht noch der in nem falschen Tor ihr müsst schon mich nicht helfen alles klar lass mal alle drei lasst alle drei hinten rein stellen lass probieren jetzt nein warum denn jetzt ey wir sind voll am verlieren das können wir in der nächsten Runde machen oh jetzt mal los oh nein ich kann die Map gar nicht leiten oder nicht mein Freund ich auch nicht alter aber irgendwie sieht sie lustig aus sie sieht lustig aus sie sieht lustig aus genau das ist das drei Wegesystem von von Curve Beauty nur dass es hier keine Jahreszeiten gibt ja schön wie geplant geil alter wow ja man muss sich halt aufteilen einer ist immer in der Mitte einer ist immer links und einer ist immer rechts alles klar wenn wir das jetzt machen dann verlieren wir hoch raus naja wobei fliegt der ja lustig schön alles geplant Marius alles geplant sehr schön so muss es sein Falle 69 alter hehehe vorhin hatte ich mega Kopfschmerzen da wollten wir eigentlich ein Video aufnehmen aber wir haben es dann doch erstmal gelassen jetzt sind wir aber dazu gekommen da wir gestern keins rausgebracht haben gestern Abend machen wir heute mal zwei Videos oder machen wir zwei oder machen wir eins ich weiß gar nicht ja können wir machen vielleicht laden wir es auch jetzt morgen hoch ja ja ich weiß nicht jedenfalls werden wir das nachholen denn sonst da machen wir einen Tag dann halt zwei Folgen hintereinander das sollte nicht das Problem sein ja blitzer 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 flitze wir holen das auf jeden Fall nach blitzer flitze perfekt gespielt guck mal Marius der kann wieder nichts der sitzt nur im Tor ey ich mach Tore alter hehehe boah wir haben es einfach gedreht hehehe Abstauber Abstauber alter das war sauber gemacht nicht abgestaubt Pass auf sonst würd ich Rush Only richtig fertig machen Fein wir müssen es ja haben ihr seid richtige Intelligenz-Bestion alter wir sind so schlecht wir sind so schlecht hehehe hehehe oh man das ist ja mal hochgradig peinlich ey heilige Makrele ey das ist ja mal hochgradig peinlich die blöde Fliege hier auf meinem Bildschirm die nervt mich grad extrem wala wo bist du ey dieses ja ich hab gehofft dass sie mal irgendwas schafft deswegen bin ich zur Seite gefahren vorhin sind Fliegen irgendwie behindert wenn du die verscheust ja dann landen sie einfach wieder dort sie haben doch gerade gemerkt ja dass sie da in sie jetzt schon wieder da sind da war es schnell genug um wieder wegzufliegen wenn du rauf äh hauen willst so jetzt mach mal hier was weißt du ich könnte ein Restaurant eröffnen hier was ich an Fliegen manchmal töte oh hehehe ha 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 hol dir mal so n hol dir mal so n Fänger mit so nem Klebeteil da ne das kannst du vergessen das ist ja auch schlimme Sauerei wenn du hier zu Besuch bist hängst du auch mit dran oh shit oh mann ich hab dafür nen Torschuss bekommen oh los schatten können wir noch schlafen irgendwie nicht so ne so nicht man ne so nicht Leute Lauren ey ohne Hölle warum hab ich das dafür ne Parade bekommen sustaining Soweit auch. Was? Warum hab ich denn dafür ne Parade bekommen? Naja, als Trost, weil du so scheiße bist. Hochgradig. Hochgradig schlecht in dir. Du. Naja. Wir mussten ja letztes Mal auch vorstellen, dass man immer, wenn man mit dem Team das verliert, man. Jaja. Da kommen auch ganz sehr viele Fehler von dir hinzu, Paul. Ich fliege. Ey. Es kann nicht wahr sein. Vor allem, alle Tore macht er selbe. Alle sieben Tore hat er gemacht. Eieieiei. Dem Schuss, Alter. Alles klar. Wir auch, okay. Wir haben einfach genauso viele Schüsse. Machen wir. Oh Mann. Die Map ist viel zu klein. Also irgendwie an sich viel zu klein. Ja, die ist... Es geht. Aber die Pfeiler nerven halt. Ja. Kannst du aber auch mega gut klären. Ja, das stimmt. Geh jetzt so. Ey. 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 Ohne Witz, Mann. Er geht genau auf mich. Nein. Was ist denn das? Da krieg ich den einmal raus. Da krieg ich ihn einmal raus. Und du sagst, wir verlieren wegen dir. Auch, ja. Ja, aber auch wegen dir. Oh. Wie fliegt denn der? Boah. Ey. Geil. Ich hab erst vier Rettungen. Meine Güte. Boah. Komm, noch ein Ehrentor. Ja. Okay, das war's. Ja. Für die. Nein! Es ist... Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Er hat neun Tore gemacht. Mit neun Schüssen. Mann, das kann doch nicht sein. Ey. Wie konnte denn das bitte passieren? Ähm. Ja. Sagen wir müssen noch ne Runde spielen. Hat dir überhaupt keinen Spaß gemacht. Was willst du denn? Geh mal ins Hauptmenü. Ja, Mann. Was sollen wir machen? Äh. Wollen wir noch mal den Campen machen noch? Ja, aber dann 3 gegen 3. Also wir sprechen mal kurz. Wir sehen uns nach nem kurzen Cut. Ja, Leute. Wir sind wieder da. Und... Wir haben uns gesagt, ich spiele jetzt nochmal 3 gegen 3. Und äh... Stellen uns einfach mal zu dritt ins Tor rein. Genau. Wir gammeln uns jetzt. Wir gammeln uns jetzt. Wir gammeln uns zu dritt ins Tor. Okay. Und versuchen dann... Einfach durch. Auf Anschluss gehen wir noch ran. Genau. Das ist jetzt unsere kleine Challenge Runde. Also wir gammeln jetzt alle zu dritt im Tor. Versuchen die Bälle alle abzuhalten. Und versuchen aber trotzdem das Spiel zu gewinnen. Ihr könnt ja auch mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, das wir so ne Challenges machen bei Rocket Leach. Ja, nicht nur bei Rocket Leach. Mal gucken. Ja, oder an sich halt. Was man machen könnte. Genau. Denny, komm nochmal ins Tor. Challenge verkackt ihr vielleicht, wenn du nicht reinkommst. Wir können ja auch eine Witze-Challenge oder sowas machen. Aufklärung machen. Gucke. Ey. Kaum wehrt man sich nicht. Sind die total schlecht. Gucke. Die haben keine Feinde dort und sie schaffen es nicht den Ball herzuspielen. Dass wir einfach, ey. Dass wir viel zu offensiv sind. Kannst du auch noch nicht mal wegzuhauen. Ja, schön. Ey, der geht einfach. Da hast du Parade. Wenn der jetzt geht. Wenn der jetzt geht. Der geht. Der geht. Nein. Die müssen sich denken, die... Wenn wir hier nur stehen, einmal ne Parade und plötzlich geht der Ball schon fast bei denen. Einer auf. Gucke. Die schafften sie nicht den Ball zu spielen. Rauf gehen. Rauf gehen. Gut, schön, schön, schön. Ey, Marius. Hä? Warst du sogar? Mann, Marius, lass mich. Das bin ich gewesen am Anfang. Ach, Marius. Uuh. Lose jetzt. Ist die doch von hinten oder was? Es kommt doch immer angekrochen. Hauel. Easy. Eine Parade des Glanzes. Hauel. Hauel. Du Pissar. Du Pissar. Hauel. 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 Guck mal, die können sich nicht mal einigen, wer den Ball schießen soll. Ja, oder? Ich find das so... Hauel. 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 Lass gleich mal antäuschen, okay? Dass einer ran, also vorbei spielt und dann mal gucken, was die machen. Nein, Danny, du sollst nicht ran gehen. Danny, komm ins Tor. Ach so, okay. Ja, nicht ach so, als ob du das nicht wüsstest. Ich dachte, ich soll antäuschen. Ich würde zerstören. Ja, antäuschen, die Ball zu spielen. Ja, keine Ahnung. Ich sollte antäuschen, ein Tor zu schießen. Ich habe ja nur daneben geschossen. Ah, ja, okay. Lass mal, komm wieder ins Tor rein. Ja, bin ja da. Einer rauf. Ne, lass ihn. Lass ihn mal ein bisschen rollen, ne? Das wird Danny, Mann! Das ist unser Tor, gegen dein eigenes. Der beschwert sich, dass sie ihn nicht treffen. Ich zerstöre ihn gleich. Lass ihn wegkommen. Raus aus unserem Tor. Raus hier. Lass ihn auf den Ball. Da ist noch einer. Ey, ist das ein Assi, ne? Ich kam noch ran. Konter! Oh, Mann! Jetzt wieder zurück, alle. Mach die Schotten dich! Eigentlich ist es schon mega assi, dass wir uns hier alle reinstellen, ne? Mach die Grenzen. Ja, irgendwie schon. Wir regen uns ja selber mal auf, wenn jemand sich hier reinstellt. Danny, das liegt an dir. Die müssen sich denken, Alter, wir sind behindert. Sind wir ja auch auf ne Art. Aber... Ey kommst du mal... Hä, guck doch mal! Die sind so schlecht! Die haben keinen Feind, keinen Gegner und die schaffen es nicht, den Ball hier präzise aufs Tor zu ballern. Hä, Paul, was liegt an mir? Dass wir hinten uns zu dritt ins Tor stellen müssen? Hä? Du meinst doch gerade, es liegt an mir irgendwas. Dass wir uns was anderes zu dritt ins Tor stellen müssen. Aha, ja, weil ich gerade zerstört wurde und dann... Der Typ da kam. Aufpassen! Safe, ich hole mir kurz Nitro. Das ist nicht was. Danny, Alter, machst du überhaupt was? Mann, Paul! Nein! Ey! Ich werde dauerhaft von dir weggerammt, Alter! Ohne Witz! Also... Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt richtig spielen. Wir müssen das jetzt, äh... Ich glaube, wir müssen jetzt... Ich bin schon nicht mehr da. Oder wir ziehen's durch! Oder wir ziehen's durch den Namen Rufels! Nein, wir ziehen's nicht durch. Wir verkacken sonst. Nein, wir waren jetzt richtig. Guck mal, wie schlecht die spielen. Wir machen die jetzt fertig. Okay, es war eh kein Unterschied dann zwischen unserem normalen Spiel, aber... Mann, ramme mich doch nicht weg, Mann! Ist alles hell. Ja, mal, aber es ist trotzdem, dass wir's weggerammt. Das war mal rade. Okay. Jetzt plötzlich können sie aufs Tor schießen, oder was? Ja, ne? Verste ich auch nicht. Super. Was macht's? Okay, ich muss zurück. Oh, Mann! Oh, Mann! Witz, Alter! Das kann man doch nicht bringen, ey! Zwei Nieder, oder? Nieder! Nie wieder! Zwei Nieder! Oh, geht ja schon weiter! Zwei Nieder! 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 Da ist er zuerst interessant! Zwei Nieder! niveau runter das war's dann für das video für heute das hast du gar nicht zu sagen heute morgen und übermorgen jetzt übertreiben ich ja das war's für das video für heute alles klar also dann sehen wir uns beim nächsten mal und ja schön kann ich montag sagen wir haben wir haben es ja heute wahrscheinlich noch nicht einfach mal also sagen wir mal wir sehen uns beim nächsten mal und wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch einen daumen nach unten da